Hallo und herzlich willkommen an das Löwe-Kollektiv. Ja, jetzt kommt die Sternzeichenlegung für den Monat September für die Löwen. Wenn du die Sonne im Löwen hast, den Mond, den Ascendent oder die Venus, dann könnte das deine Legung sein. Natürlich ist das eine allgemeine Legung. Keiner muss damit resonieren, aber es kann natürlich sein. Und vielleicht gibt es aber auch einfach nur ein paar wertvolle Impulse für dich, die du mitnehmen kannst. Und darüber würde ich mich natürlich auch schon sehr freuen. Mein Name ist Claudia, du bist hier bei Claudius Cosmic Card News und ja, ich stelle dir jetzt erst einmal die Decks vor kurz, damit du weißt, was hier für dich am Start ist. Da haben wir gleich, was du hier siehst, ist ja schon das Botticelli Deck. Dann haben wir hier das Deck aus der Dose, das Art Nouveau, ich sag mal Deck in der Dose, also Art Nouveau Tarot, so, ist auch mit dabei. Dann haben wir das Heilstein Orakel und die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Gerade ein Riesenthema bei ganz vielen. So, also schauen wir mal, was hier letzten Endes für das Löwe Kollektiv bei rauskommt. Monat September. Ich bin gespond, gell? Das war jetzt ganz toll auswärts. Ich als Notlicht hier. Also, ich fange mal an und zwar mit den allgemeinen Energien für den Monat September für Löwe, Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Dann schaue ich, was im Unbewussten liegt, aber dennoch wirkt und ein halbes Deck muss nicht rausfallen. Ich bin auch noch sozusagen im Einmischen hier. Jetzt nehme ich noch keine Karte. Und ja, dann kommt das natürlich der Tipp des Universums. Vielleicht hast du ja schon ein paar andere Legungen gesehen aufgrund deiner Sternenkonstellation, Astrokonstellation und der Tipp des Universums. Und dann orakeln wir noch ein bisschen mit den anderen Karten herum. Genau. Also, jetzt geht es um Löwe, Sonne, Mond, Ascendent, Venus in dem Monat, September 2022. Was ist hier für das Löwe-Kollektiv? Die Energie von den Karten. Was ist hier für dich? Löwe, Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Ja, nur weil die Löwen zum Schluss dran kommen, heißt es nicht, dass ich am längsten mischen muss hier. Also, liebes Universum, liebe geistige Welt, ich hätte gerne eine Botschaft. Löwe, Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Da haben wir die erste. Eine sehr schöne Karte schon mal. Guck mal. Königin der Stäbe. Das ist ja, könnte schon mal sehr gut deine Energie sein, weil das ist Feuerenergie. Löwe wieder Schütze. Löwe wieder Schütze. Ja, doch, genau. Und ja, das ist natürlich eine Königin, die sehr selbstbewusst ist, die sehr charismatisch ist, die weiß, was sie will, die für das brennt, was sie möchte, ist leidenschaftlich, die geht, ja, für das, was sie gerne, ja, erfahren möchte. Ist unternehmungslustig, temperamentvoll, also all diese schönen Dinge, heißblütig, ne, also es kann auch natürlich mal ein bisschen viel Temperament sein, vielleicht ist die Dame auch manchmal ein bisschen ungeduldig, Feuer lodert halt und will nach Möglichkeit auch schnell irgendwie unterwegs sein. Allerdings, die Löwen selber habe ich persönlich tatsächlich auch noch nie so als so unglaublich, so wahnsinnig ungeduldig erlebt. Die haben eigentlich eher so ein bisschen die Ruhe weg. Die sind dann so diejenigen, die sich ins hohe Gras legen und rumschnurren und mal schauen, was so passiert, ne. So. Und wenn, sie wissen ja um ihre Kraft, sie wissen um ihre Power und wenn es nötig wird zu brüllen, dann brüllen sie auch, aber vorher nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall ist das schon mal eine sehr schöne, starke Energie, Königsenergie. Jawohl. Es ist ja die, muss ich noch dazu sagen, es ist ein Feuerelement, aber es ist die weibliche Energie, das heißt, das nach innen gerichtet. Da geht es also wirklich um die inneren Qualitäten, um das innere Feuer. Erstmal, sich vielleicht auch darüber klar zu werden. Schauen wir mal, was hier noch als nächstes sich zeigt. Also, ein guter Start war hier schon mal vorhanden. Für den September, für die Löwen, Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Was ist für die Löwen im Monat September hier am Start? Welche Energien, welche Botschaften? So, ne. So, ne, Monat, Ascendent, Venus, Löwen im Monat September. Da haben wir den Eramiten. Okay, vielleicht brauchst du gerade mal ein bisschen Rückzug. Vielleicht ist gerade das angesagt, dass du dir über einige Dinge vielleicht klar werden möchtest. Vielleicht genau das Thema betreffend hier, nämlich dein inneres Feuer, deine Leidenschaft, das, was du vielleicht jetzt in Zukunft machen möchtest. Wir stehen ja wirklich vor, gerade vor fetten Entscheidungen, jeder für sich. Und ganz viel in einer absoluten, wirklich absoluten Neuausrichtung. Und der Eremit kann auch sagen, mir wird das alles hier zu viel. Das, was hier gerade, das alles Chaos, alles geht drunter und drüber. Ich muss mir erstmal Klarheit verschaffen. Deswegen geht er, zieht er sich sozusagen aus der Welt zurück, aus seinem Alltag zurück, geht in Medias Res und schaut mal, was da in ihm letztendlich sich für Felder auftun. Und er schaut, dass er Klarheit gewinnt und dann mit klaren Erkenntnissen aus dieser sogenannten Isolation auch zurück. Aber es ist eine freiwillig gewählte. Ich mag diese Karte sehr. Als ich damals mit Karten anfing, oh Gott, fand ich die schrecklich. Wie jetzt Rückzug, blablub, Stillstand, tut sich nichts mehr. Also ich war auch eine von denen, die mal gerne im Außen sehr aktiv war. Aber wenn man weiß, wie wertvoll Erkenntnisse sind und das überhaupt nicht langweilig ist, ja, dann nimmt man auch den Eremiten mal ganz gerne mit. Und so, ich möchte gerne weiter schauen, was für eine Energie hat bekommen wir noch hier für die Löwen. Sonne, Mond, Ascendent, Venus im Monat September. Löwenergie im Monat September. Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Ops, da hat sich eine umgedreht. Die ist es aber auch. Okay, schau mal, was ist es denn? Wen haben wir denn? Den König der Kelche. Ja, schau mal einer an. Also, das ist schon mal sehr spannend, weil der König der Kelche ist das männliche Element, die männliche Seite des Wasserelements. Ich sage es immer wieder falsch, sorry. Und das bedeutet natürlich extrovertiert nach außen gerichtet. Das ist ein König, der auch Königsenergie, das passt natürlich auch super zum Löwen, Königsenergie. Und der geht natürlich mit dem auch raus, was er fühlt. Also, er steht da ganz gerade, ganz aufrecht mit diesem Kelch in der Hand. Möglicherweise hast du erst mal die Innenschau gemacht jetzt. Oder es geht jetzt im September um die Innenschau, um ganz genau herauszufinden, was du eigentlich willst, was du wirklich möchtest. Um dann auch emotional, gefühlsmäßig dahinter zu stehen, wenn du damit rausgehst. Macht Sinn, oder? Schauen wir mal weiter. Löwe Energie. Aha, okay. Und jetzt haben wir hier das, ach, ich liebe diese Karte. Das Rad des Schicksals. Ich meine, ich liebe sie allein schon, weil sie so toll gemacht ist. Da geht das ja auf England, in Englisch, auf England. Im Englischen heißt es ja nicht umsonst Wheel of Fortune, das Glücksrad. Bei uns heißt es das Schicksalsrad. Und da ist es halt, ja, schon mal sehr, kann schon mal Stillstand bedeuten. Also, dass du sozusagen die, hier gibt es ja immer diese Bewegung, das Rad dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und in der Regel ist, wenn diese Karte kommt, bist du kurz vorm Durchbruch, bist du kurz vor der Aufwärtsbewegung. Diese Karte sagt an, es ist aktuell eher ein Stillstand. Und was ich sehr schön finde, das ist in einem anderen Deck, in dem Licht- und Schattentarot ist das, glaube ich. Da wird auch nochmal ganz konkret gesagt, schau auf die Zeichen, die da kommen. Schau auf das, welche Hinweise dir gegeben werden. Das macht es leichter. Also, wenn du jetzt gerade wirklich in einer Situation bist, wo du sagst, oh Gott, ist das nervig, ist das anstrengend, hier ihre Miet- und Rückzug und so. Und das natürlich auch Stillstand. Solange der im Rückzug ist, geht natürlich auch nichts voran. Und wenn du aber diese Variante hast, sagst du, okay, auch das geht ja vorbei. Es gibt immer irgendwann diese Aufwärtsbewegung und je klarer man ist, desto schneller passiert das logischerweise, weil dann ist die Richtung klar und dann weißt du, was Sache ist. Also, es geht wirklich darum, dir deines Inneren bewusst zu werden, sozusagen Klarheit für dich zu schaffen, damit du auch richtig kraftvoll in Löwe-Manier, wie sich das gehört, so authentisch, weil das steht auch definitiv auch mit für Authentizität, wirklich da stehst und sagst, wow, okay. Und dann geht es wieder aufwärts. Sehr spannend. Also hat diese Klarheit, diese Innenschau hat definitiv etwas damit zu tun, dass es dann auch wieder aufwärts geht. So rum? Ne, so rum natürlich, rechts rum. Okay. Und auf die Zeichen zu achten, auf die Hinweise zu achten, was auch immer es sein mag, wo du sagst, oh, da ist irgendwas, das spricht nicht gerade sehr. Und schau mal, ob das vielleicht ein Hinweis für dich sein könnte. Oh, das Licht ist gerade hier richtig schön. Kommt die Sonne. Ja, was haben wir noch? Also, Löwe-Energie im September. Ich finde, das ist doch schon mal sehr schön hier. Im September, Sonne, Mond, Ascendent, Venus für die Löwen. Im September für das Löwe-Kollektiv. Was gibt es hier noch für eine Karte, für eine Energie? Upsala, die will. Oh, die neuen Münzen. Das ist auch sehr schön. Die neuen Münzen steht natürlich für die Ernte. Und das ist auch mega. Also, tolles, tolle Einstieg, sage ich jetzt mal so. Richtig, richtig gut. Wir haben hier zweimal große Arcana. Die haben zwar beide mit Stillstand zu tun, aber auch letzten Endes, was dahinter steht, ist immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Dieser Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Zentral stehst du hier. Der König der Kelche ist zwar Wasserelement, also das heißt Fische, Krebs oder Skorpion, aber er ist ein König. Und es kann natürlich sein, dass du letzten Endes als Fisch, Krebs oder Skorpion zuschaust. Dann Löwe ist der Ascendent als Beispiel. Oder du bist Löwe und hast einen Krebs, Fisch oder Skorpion Ascendent. Alles möglich. Auf jeden Fall kannst du ja mal schauen, wie das bei dir in den Aspekten so ist. Aber dennoch steht hier in der Mitte einfach mal der König. So, und du würdest ja nicht zuschauen, wenn du Löwe Aspekte bei dir hättest. Königsenergie, ganz wichtig. Dann haben wir hier schon auf jeden Fall auch schon mal die Ernte. Und das Spannende ist, jetzt guck dir mal an, was die beiden anhaben. Ich ziehe das mal jetzt ganz bewusst hier so raus. Und beide haben dieses rote Gewand an und es sieht exakt gleich aus. Im Gegensatz zu dem, was die Königin hier nämlich anhat. Das sieht nicht gleich aus. Das kannst du jetzt hier, glaube ich, ganz gut sehen. So, und das hat auch gleichzeitig für mich so den Charakter, erstmal sind es beides neunen. Und zum anderen hat es den Charakter nach dem Rückzug, nach der Klarheit, nach den Erkenntnissen, darf geerntet werden. Oder geht es ab in Richtung Ernte? Also, da ist definitiv die Aussicht auf Ernte gegeben. Aber die Klarheit im Vorwege ist definitiv zwingend notwendig. So, um dann letztendlich natürlich auch hier ganz zentral in der Basis, in der Mitte authentisch für sich selbst zu stehen, zu sagen, ja. Ich gehe jetzt mal an den unteren Karten ran. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Das werden wir jetzt gemeinsam entdecken. Die Zehn Schwerter. Ach, du Heimatland. Okay, also möglicherweise ist für den einen oder anderen hier tatsächlich etwas zu beenden. Und zwar radikal. Ich habe mich eben schon gefragt, warum die Dame hier so einen leidigen Gesichtsausdruck hat. Ich meine, das ist tatsächlich das, was ich an diesem Deck irgendwie so blöd finde. Entschuldigung, ich sage jetzt blöd, weil das gefällt mir tatsächlich nicht so sehr, weil die hat eigentlich Leidenschaft, die hat Feuer und so weiter. Und wie die guckt, ist gerade eher so, ich bin ja voll gelangweilt. Also der könnte man auch die vier Kelche in die Hand geben. Ach nee, drei, den vierten sitzt ja nicht. Also das ist dieses Schluss machen, dieses etwas beenden. Jetzt ist natürlich die Frage, beendest du etwas mit, ist das dein alter Zustand sozusagen, deine alten Denkweisen, weil Schwerter stehen ja auch für Gedanken, für Überzeugungen und so weiter. Machst du mit denen Schluss und gehst deshalb also in die Klausur mit dir, damit du dafür dich Klarheit bekommst. Also sagst, das Alte so wie bisher, das geht so nicht mehr. Ich muss umdenken, ich muss neu denken. Ich brauche eine andere Perspektive. Ich muss erst mal eine Erkenntnis auch haben. Was will ich denn wirklich? Wofür brenne ich denn eigentlich und aber das Alte jedenfalls schon mal nicht. Da mache ich nicht mehr mit. Dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Das wäre natürlich die allerbeste Ausgangsposition. Was es natürlich auch heißen kann, dass du wirklich gerade in einer so extrem üblen Situation steckst, dass du sozusagen leidend dem Ganzen auch ein Ende bereitest. Die gute Nachricht hierbei ist, es geht etwas zu Ende und es darf etwas neu werden. Mehr als zehn Schwerter gibt es nicht. Also danach geht es von vorn los oder da geht etwas neu los. Und möglicherweise hat das auch mit dem Rat des Schicksals gerade hier einen Zusammenhang, denn das ist nicht unbedingt immer so eine einfache Situation, in der man dann gerade steckt. Also da geht es wirklich darum, mit etwas Schluss zu machen. Irgendetwas vielleicht fordert dich das regelrecht, dass du jetzt gar nicht anders mehr kannst, als zu sagen, no way, mache ich nicht mehr mit, stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Ich bin mir mehr wert, ist zum Beispiel eine Schlussfolgerung daraus. Und dann geht das Alte natürlich nicht mehr. Und egal, um welche Situation es sich handelt, ob du dich hast ausnutzen lassen zum Beispiel, ob du dein Licht unter den Schäffel gekehrt hast, weil du willst eigentlich Künstlerin sein oder Künstler sein. Männlein, Weiblein ist mir jetzt hier egal, ich kenne da nicht. Also deine Künstlerseele möchte sich ausdrücken und du bist aber irgendwo in einem Archiv letzten Endes stecken geblieben oder du hast eine Vorliebe für die Natur, möchtest gerne mit Permakultur, Garten, irgendwas da in Richtung Arbeiten, sitzt da bei irgendeinem Büro oder umgekehrt, du sitzt im Garten und möchtest lieber ins Büro. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also das, wofür du wirklich hergekommen bist, was du machen möchtest, dann wieder das Potenzial, das innere Potenzial, die Leidenschaften, wofür brenne ich und dafür sollte ich gehen. Aber wir brauchen dafür natürlich Klarheit, immer. Okay, und das kann sein, dass du sagst, ja so, mit einem riesen Knall haust du jetzt das Ding in die Grütze. Ist durchaus möglich bei dieser Energie. Die ist sehr scharf. Und in einem anderen Deck, da hat er die zehn Schwerter ja auch in seinem Körper drin. Also der ist mausendot und steht auch nicht mehr auf. Da ist nichts mehr zu wollen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ist denn unbewusst bei dir am Wirken für den Monat September? Das ist ein spannender Monat, oder? Mit so schönen Aussichten, Klarheit, Aussicht auf Ernte, das Rad dreht sich wieder nach oben und du stehst da in deiner Klarheit, in deiner Authentizität und du lebst das, was du fühlst und was du dir wünschst. Das ist doch großartig. Also, die Aussichten sind super. Schauen wir mal. Was ist unbewusst und wirkt dennoch bei dir? Löwe, Löwe-Energie für den September 2022. Löwe, Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Löwe-Energie, bitte. Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Löwe, Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Was liegt im Verborgenen und wirkt aber dennoch? Die Zehn Kelche. Ja, jetzt hatten wir die Zehn Schwerter und dann haben wir ja das Gegenteil davon, die Zehn Kelche. Die Zehn Kelche. Hallo, Luja, Sorgi. Das ist hier auch definitiv die Ernte. Das ist die totale Erfüllung. Das ist wirklich ein wunderschönes Familienleben. Das ist die Aussicht auf erfüllt sein, Liebe. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also alles Schöne. Also richtig, sozusagen, das ist das gute Ende. Wie heißt das so schön? Am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Aber dann, das wäre sozusagen das Ende. Jetzt ziehe ich dich einfach mal ein bisschen hier mit runter, damit du die Karte besser sehen kannst. Genau, also wir haben hier die Zehn Kelche. Das wirkt im Unbewussten. Das heißt, das ist also schon am Werden. Das ist bereits da. Zeigt sich noch nicht so. Wundert mich allerdings nicht, wenn wir hier über die Zehn Schwerter sprechen, dass das noch etwas ist, was im Vorwege geklärt werden muss. Oder was jetzt im September auch dran ist, dass du darüber die Erkenntnis hast, dass sich da etwas wirklich erledigt hat, dass das vorbei ist. Und dann kann natürlich auch so etwas sichtbar werden, was ich dann gerne wirklich vergleiche mit der Schicksalsrat gehen nach oben und dann kommt die Ernte. Also da geht es auf jeden Fall in die Richtung. Das finde ich auch wirklich irgendwie gerade so, so schön, weil das hier so wie so ein Verlauf ist. Okay, welche Energie wirkt noch im Verborgenen? Welche Energie wirkt noch für dich Löwe, Sonne, Mond, Ascendant, Venus im Verborgenen? Was ist hier für dich noch im Verborgenen? Upsala, da fliegt sie. Die hohe Priesterin, deine innere Stimme. Das passt hervorragend natürlich zum Eremiten und natürlich auch zur Königin der Stäbe auf eine Art, weil es wie gesagt das weibliche, die weibliche Seite das nach innen gerichtete Prinzip ist. Und wir haben hier die hohe Priesterin, die sagt natürlich deine innere Stimme. Also es ist tatsächlich so, dass es sein kann, wenn ich hier die zehn Schwerter wieder heranziehe, dass wir hier eine Energie haben von deine innere Stimme wird immer lauter. Die drängt dich immer mehr danach, wirklich tabula rasa zu machen mit was auch immer, egal was es ist. Es muss nicht so riesig groß sein für den einen oder anderen, weil wir haben ja auch immer noch, wie gesagt, so die anderen Aspekte mit den Sternzeichen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die zehn Schwerter keine Karte sind von auch mal eben so, sondern das ist schon ziemlich massiv. Das ist wirklich eine sehr starke und sehr, ja, unschöne Energie, negative Energie. Also deine innere Stimme wirkt unbewusst. Also noch ist sie vielleicht nicht ganz so laut. Möglicherweise kommt das für dich Mitte September, möglicherweise Ende September, möglicherweise morgen. Das weiß ja keiner so genau, wann denn bei einem selber so der Durchbruch ist. Möglicherweise bekommst du jetzt gerade die Inspiration, ja stimmt, ich müsste mich eigentlich mal ein bisschen zurückziehen und müsste mal schauen, was da in mir eigentlich los ist, weil so wie bis jetzt geht es nicht weiter oder ich drehe bald durch, weil ich immer noch nicht weiß, was ich machen soll. Und dann kann es auch sein, dass du genau mit diesem Zustand Schluss machst, zehn Schwerter. Und dann sagst du so Ende Gelände, das mache ich so nicht mehr weiter. Es muss nicht immer zwangsläufig mit anderen Menschen zu tun haben, unguten Situationen, sondern es kann auch wirklich mit den eigenen inneren Situationen zu tun haben, die natürlich entsprechend im Außen Auswirkungen haben. Weil alles, was du in dir trägst, zeigt sich als Spiegel zwangsläufig im Außen. Das geht nicht anders. So und deine innere Stimme flüstert dir irgendwie was von innerem Reichtum und Fülle zu. Und das wirkt. Und diese Stimme, habe ich den Verdacht, wird auch immer lauter. Jetzt werde ich mal gucken, was hier mit dem anderen Deck noch dazu kommt. Als Energie. Jetzt hätte ich gerne hier noch für die Löwen für den Monat September. Übrigens ein Löwe, der sein Potenzial nicht lebt, ist ein ganz schön trauriger Löwe. Also das geht auch nicht. Also ich hoffe, dass falls hier jemand ein trauriger Löwe sein sollte, ein bisschen Unterstützung erfährt jetzt hier. Also was wirkt im Unbewussten für die Löwen? Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Löwener, die Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Den haben wir hier, der wollte raus. Das ist der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen geht, da geht es um Beständigkeit. Er ist diszipliniert, bleibt dran, geht voran, ist jetzt nicht unbedingt der Schnellste, weil die Materie ist nicht unbedingt die Schnellste. Es dauert aber ein bisschen, braucht Zeit, bis die Dinge so wachsen und gedeihen. Aber er ist unterwegs. Und es geht darum, wirklich zu beständigen Erfahrungen zu kommen, ob das Beziehungen sind, ob das Arbeitsplätze sind, Berufung ist. Im Sinne von Selbstständigkeit. Du kannst natürlich auch deine Berufung in einem Angestelltenverhältnis leben, gar kein Problem. Also so, wie du dich am wohlsten fühlst. Aber Löweenergie ist halt tatsächlich Führungsrolle im Grunde genommen. Königsenergie, wie wir das hier auch sehen. Vielleicht geht es für dich auch tatsächlich jetzt hier drum, dich selbstständig zu machen und da dein Pferd zu satteln und in die Richtung zu gehen. Und dass das immer stärker wird, dass die innere Stimme sagt, hey, lieber Löwe, du bekommst deine innere Erfüllung. Du lebst deine innere Erfüllung auf jeden Fall, indem du dich selbstständig machst. Und da jetzt mal weiter voranschreitest. Möglicherweise hast du ja auch schon ein Projekt, was irgendwie unterwegs ist, wo du schon dabei bist, wo du schon Pläne entworfen hast, wo du sie vielleicht noch nicht lebst, weil irgendwelche Dinge noch im Wege stehen. Das ist natürlich durchaus möglich. Auf jeden Fall wirkt hier eine sehr, sehr positive Energie für dich. Das kann man mal so sagen. Das geht in Richtung Neuanfang, das geht in Richtung Neuwerdung, das geht in Richtung Kraft, Stärke, ins Potenzial kommen und wirklich die eigene Kraft und Stärke leben. Großartiges Kino hier. So, was haben wir noch? Ich möchte jetzt gerne die Unterstützung, den Tipp des Universums wissen. Was ist denn für dich hier? Löwe, Sonne, Mond, Ascendant, Venus im Monat September. Immer eine Unterstützung, um was geht es hier für dich? Wo darfst du vielleicht nochmal hinschauen? Was unterstützt dich? Welche Energie? Löwe, Sonne, Mond, Ascendant, Venus. Meine Unterstützung, die wollte. Den Ritter der Kelche. Ja, schau mal, da geht es schon wieder um Gefühle. Also es unterstützen dich deine Gefühle. Auch schon wieder ein Ritter, der hält auf dem weißen Pferd. Jaha. Und das ist eine sehr feinfühlige, romantische Energie. Das ist eine sehr weiche Krebsfisch-Skorpion-Energie. Das ist sehr, sehr gefühlvoll. Und ja, da geht es wirklich darum, auf deine Gefühle zu achten. Schau, was ist in dir? Wie fühlt es sich an für das, was du gerne machen möchtest? Wie fühlst du dich allgemein? Was spürst du? Was sagt deine Intuition? Nun, die hohe Priesterin, was sagt die da? Was sagt dein Gefühl? In welche Richtung? Ja, zieht es dich? Drängt es dich? Schubst es dich? Wie auch immer. Also da geht es um Gefühle. Das ist sehr unterstützend, wenn du auf deine Gefühle achtest. Wenn du den Kopf wirklich ausschaltest. Achte auf dein Herz. Dein Herz ist deine Intuition. Das ist dein höheres Selbst. Das ist deine wahre Essenz. Die sagt dir ganz genau, wie du in deine Kraft kommst. Wie du das leben kannst. Hier den Königsposition. Und wie du in die Ernte kommst. Der Kopf. Das ist ja das Schöne am Universum. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Also es ist wirklich so, dass wir unsere Ideen werden ja auch uns nicht irgendwo eingepflanzt. Von irgendwoher, sondern die Ideen werden uns geschenkt, gegeben. Und wenn die mit dir in deinem Herzen in Resonanz sind, dann ist das eine Richtung. Dann ist das definitiv eine Richtung. Und dann fängt der Kopf meistens an und sagt, ja Moment, jetzt muss ich planen. Wie kriege ich das dann alles hin? Jetzt muss ich erst mal Zeitungsannoncen wälzen, wenn ich eine neue Wohnung suche. Jetzt muss ich erst mal, keine Ahnung, 80 Leute anschreiben. Ich muss einen riesen Flyer entwerfen. Ich muss wahnsinnig die Werbetrommel rühren. Und unglaublich viel Geld dafür ausgeben, dass Menschen auf mich aufmerksam werden. Falsch. Ich sag echt falsch. Wenn du das Richtige hast und so sehr dir das wünscht und eins wusst mit deiner Zielerfüllung, mit dem erfüllten Ziel, mit dem erreichten Ziel, dann brauchst du dich nur noch zurücklehnen und auf Impulse warten. Und diese Impulse sagen dir, jetzt mach mal dies, jetzt ruf mal da an oder jetzt geh mal raus. Und vielleicht, dass jemand dich dann sogar nämlich anspricht und so. Ich habe die dollsten Sachen schon erlebt. Und diese dollsten Sachen, die einen so verwundern, wo die Dinge sich plötzlich wie durch Zauberhand fügen, sind niemals aus dem Verstand heraus entstanden. Der Verstand sorgt dafür, dass es anstrengend ist, dass wir uns überarbeiten, dass wir uns überlasten. Aber fließen, fließen tut Wasser, fließen tut Liebe, fließen tut das Gefühl. Und darum geht es hier. Der Verstand hat Ecken und Kanten, der fließt nicht. Der will immer nur bestimmen und will auch Kontrolle haben. Und das ist aber letztendlich etwas, was völlig überschätzt wird. Es geht nicht darum, nichts mehr zu tun. Es geht auch nicht mehr darum, zu denken. Das geht nicht, weil Denken ist der Job des Verstandes. Aber es geht darum, aufs Gefühl zu hören und dann den Verstand mitzunehmen und zu sagen, hey, komm mit, wir machen jetzt XY. Das ist jetzt dran. Und wer weiß, was du plötzlich für einen Anruf bekommst, für ein Angebot bekommst und denkst du so, boah, das hätte ich ja niemals gedacht. Jetzt hätte ich gerne nochmal einen Tipp des Universums, was jetzt für dich, Löwe, Sonne, Mond, Ascendent, Venus, jetzt im September, eine Unterstützung ist, bitte. Unterstützung. Upsala. Eine Unterstützung. Den Ritter der Münzen. Sag mal, das reitende Volk ist unterwegs hier. Also wir haben zweimal den Ritter der Münzen. Also der Ritter der Münzen, der wirkt bereits hier schon im Unbewussten und du bekommst auch noch ganz klar den Hinweis, da nochmal ganz konkret hinzuschauen. Also es geht wirklich darum, dich zu fokussieren. Mit dem Ritter der Münzen heißt es auch, setze den Fokus auf dein Ziel, weil der geht auf die Zielerfüllung, das ist, der ist verlässlich, der ist zuverlässig, der ist diszipliniert und der geht seinen Weg. Ganz unspektakulär. Ja, aber er geht, er bleibt dran. Also er sät Samen über Samen über Samen über Samen und dann geht es nachher in die Ernte, Ernte, Ernte. Und das geht aber nur mit Disziplin sozusagen. Es geht nur mit dranbleiben. Und das ist also auch nochmal ein schöner Hinweis. Also auch nochmal, es wird lustig hier drei. Bin ja gleich gespannt, ob hier noch einer kommt. Also wir haben hier einen sehr gefühlvollen Ritter und wir haben einen, der an seinen Gefühlen auch sozusagen dranbleibt. Der dranbleibt an dem, was er fühlt, was er wirklich möchte. Und er spürt, dass das genau richtig ist. Und da geht er für so. Und das ist natürlich, warte mal, ich gucke mal, was hier am unteren Kartenrand ist. Hier haben wir die sechs Kelche. Auch nochmal ein schöner Hinweis. Vielleicht gibt es irgendetwas aus deiner Vergangenheit. Das ist nämlich die sechs Kelche ist der Blick, der wohlwollende Blick in die Vergangenheit. Also vielleicht gibt es irgendetwas in deiner Vergangenheit, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt nochmal einen zweiten Blick hingeworfen vielleicht und das verwirkliche ich jetzt. Möglicherweise ist es nämlich das, was du möchtest. Hier deine Leidenschaft, deine Passion, das, was jetzt irgendwie neu sich formiert. Vielleicht hast du das ja schon mal als Idee gehabt. Vielleicht ist das etwas, was schon lange auf die Verwirklichung wartet. Möglicherweise. Andere Variante ist, vielleicht hast du, bekommst du ja sogar Unterstützung aus der Vergangenheit. Also halte deine Augen und deine Antennen offen und ja, achte auf die Zeichen hier. Achte auf die Zeichen und Hinweise, die dir so geschenkt werden, die dir über den Weg laufen. Jetzt möchte ich natürlich auch von diesem hier wieder, von diesem Deck eine Energie haben für die Löwen. Sonne, Mond, Ascendent, Venus. Upsala. Sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, wann mal sowas kommt hier. Also, Entschuldigung. Aber ja, das sind die nicht gelebten Bedürfnisse. Die Selbstsabotage. Dieses sich nicht trauen. Hemmungen. Also möglicherweise, ich bin wieder bei den Zehnschwertern natürlich, die ich jetzt dazu ziehe. Das ist wirklich die Karte, dass man sich selber nicht erlaubt und gestattet. Diese Fesseln, die da eigentlich ganz lose sind, die sind nicht so fest. Und guck mal, die brauchen muss die Schulter mit der Schulter mal zucken, dann ist das Ding ins Weck da. Ja, und es sind wirklich, es sind diese Dinge, dass man mit angezogener Handbremse fährt, weil man sich nicht traut, sich nicht erlaubt, man selber zu sein. Also möglicherweise brauchst du hier nochmal den Hinweis und sagen, ey, okay, was will ich denn wirklich? Ich ziehe mich zurück. Ich schaue mal, wie kann ich diese Fesseln abstreifen? Es ist oft leichter, als wir glauben. Es ist, der Verstand sagt, das ist so schwer, das kann ich nicht, da hängt so viel dran. Aber weißt du, das Spannende ist, wenn du dich einmal dafür entscheidest und sagst, doch, ich gehe das jetzt, ich mache das jetzt. Das macht man natürlich nur, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Wenn der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, dann ist man tatsächlich noch in dem alten Muster und dann hat man diese entsprechenden Fesseln noch um sich herum gebunden. Und es geht dann darum zu sagen, stopp, Moment, ich bin es wert, dass ich das lebe, wofür ich auch hergekommen bin. Ich bin ja nicht hier, um zu leiden, sondern ich bin doch hergekommen mit einer Idee. Das Universum hat mich doch hier nicht per Zufall ausgepupst und ich bin hier gelandet, sondern es ist doch ein Plan dahinter. Da gibt es doch eine Idee dahinter. Also möchte ich doch bitte mein Potenzial auch leben und ich entscheide mich für mein Potenzial und gegen natürlich dann in dem entsprechenden Fall gegen die anderen Sachen. Also aber erst mal für, man entscheidet sich immer für etwas. Gegen heißt letztendlich Widerstand. Also raus aus dem Widerstand, rein in das große, vorbehaltlose, bedingungslose Ja zu sich selbst, Fesseln abstreifen und dann rabotti, auf geht's. Okay, rauf aufs Pferd und dann, jihau, genau. So, jetzt haben wir als nächstes diese wunderschöne, da ist eine Menge Bewegung, die ganzen Pferde hier und auch gleichzeitig Stillstand. Also gleichzeitig ist wichtig die innere Einkehr. Das ist so, so wichtig, weil nur mit Klarheit und natürlich auch Erlaubnis, dass du dir es, nicht nur Erlaubnis, sondern das ist dein Geburtsrecht, beanspruche es. Das ist wirklich dein Geburtsrecht. Das ist unser aller Geburtsrecht. So, jetzt haben wir die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Also, falls da jetzt für dich ganz konkret sogar schon was ansteht oder vielleicht auch erst in wenigen Tagen, morgen ab morgen ist ja schon September, ne? Wow. Ja, dann schauen wir doch mal für die Löwen. Eine Weisheitskarte für Lebensentscheidungen. Löwe, Sonne, Mond, Aszendent, Venus für den Monat September. Was unterstützt die Löwen hier? Was unterstützt die Löwen? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was unterstützt die Löwen? Im Monat September. Hier. Oh, Einfachheit. Ja, genau, das Ding vom Löwen. Löwen. Entschuldige, dass ich immer sage, aber Löwen sind für mich auch der Inbegriff von natürlich Gold und Glamour und so weiter. Und hier, guck mal, am unteren Kartenrand haben wir Drama. Okay, ein bisschen Spaß muss sein. Okay, die 42. Die Einfachheit. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was wir hier haben. Warte mal, ich tue das nochmal ein bisschen. Kannst du es vielleicht... Ups, jetzt rutscht mir hier meine Kamera runter. Warte mal, das war zu viel des Guten. Kein Unfall, bitte. Ich muss trotzdem noch ein bisschen nach da gleich. So, hier kommt nämlich noch eine Karte hin. Aber erstmal haben wir die Einfachheit. So, durchatmen. Die 42. Möglicherweise... Ach, guck mal, gleich aufgeschlagen. Möglicherweise ist der vierte, zweite für dich etwas. Dann bist du natürlich hier in den Aszendenten, Mond, Venus irgendwie unterwegs. Nix ansonsten, die 42 kann dein Alter natürlich auch darstellen oder was auch immer oder gar nichts. Also, die Einfachheit, Grundbedeutung, im alltäglichen Tun die eigene Mitte finden. Demut. Die Botschaft des Orakels. Es gibt Zeiten, in denen es deinem großen Lebenstraum bestimmt ist, im Hintergrund deines Bewusstseins zu bleiben, so dass du den einfachen Verrichtungen des Alltags deine ganze Aufmerksamkeit zuwenden kannst. Bevor du dich an der Pracht eines in voller Blüte stehenden Obstbaums erfreuen kannst, bedarf es der gewissenhaften Pflege. Es gilt ihn zu beschneiden, zu wässern, zu hegen und zu pflegen und dann alles weitere dem Gang der Natur zu überlassen. Diese vorbereitenden Schritte sind ein wichtiger Teil im Werdeprozess. Wenn du deine Aufmerksamkeit von deinen Zielsetzungen abziehst, bringt dich das in einen Zustand der Empfänglichkeit. Das ist die tiefere Bedeutung des Loslassens. Widmest du dich deinen täglichen Aufgaben auf eine meditative und kontemplative Weise, wird damit die Energie für Aha-Erlebnisse frei, die dich dem von dir Gesuchten immer näher bringen. Man könnte auch sagen, letztendlich, natürlich geht es schon darum, dass du dein Ziel im Fokus behältst. Es ist schon wichtig, dass du immer weißt, was dein Ziel dann letzten Endes ist. Oder du gehst jetzt erst in die Zielfindung, das kann auch sein. Wie gesagt, es kann sein, der eine resoniert hier mit, der andere da mit, der dritte mit, gar nichts. Aber das ist auch so dieses, kann man auch als Meditation bezeichnen, der Eremit der Rückzug, weil das geht ja um die Innenschau und die kannst du beim Abwaschen und Bügeln genauso gut haben, wie als wenn du dich irgendwo auf eine Bergspitze setzt und umst. Beziehungsbotschaft Nichts ist jetzt wichtiger, als dich deinen täglichen Aufgaben zu widmen. Lass dein Herz wissen, dass nicht alles hart und leidenschaftlich erkämpft und dein Tun nicht immer bedeutungsschwer sein muss. Wenn du deine häuslichen Alltagspflichten ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit rückst, treten Beziehungen und Freundschaften teilweise zeitweise in den Hintergrund. Das ist jetzt vollkommen in Ordnung. Mach den Abwasch, habe ich gerade erwähnt. Lies ein Buch, lass dich zu einer gemeinsamen Mahlzeit nieder, schweige, hebe die Socken auf vom Boden, erzähle einen schlechten Witz, halte Händchen und lass dir Zeit zum Atmen. Deine Beziehungsarbeit besteht jetzt ganz einfach darin, präsent zu sein. Ist es nicht seltsam, dass es uns Mühe kostet, einfach nur zu sein? Sorge dich nicht, alles ist gut. Wie war das? Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Erfolgsbotschaft, auf deinem Weg zu Wohlstand und Erfolg geht es jetzt nicht um große Sprünge, sondern um die kleinen Schritte. Verlagere den Fokus deiner Aufmerksamkeit von deinem großen Traum auf die einfachen häuslichen Pflichten. Konzentriere dich auf die kleinen Dinge, die sich angesammelt haben, während du damit beschäftigt warst, einen größeren Lebensplan zu entwerfen und dir auszumalen, was du in Zukunft verwirklicht sehen willst. Hacke Holz, hole Wasser, wie es in der Senn-Geschichte heißt, oder erledige den Abwasch, führe den Hund aus. Während du dieser einfachen Aufgaben nachgehst, hat das göttliche Prinzip Gelegenheit, Berge zu versetzen und Wunder in deinem Sinne zu bewirken. Übe dich in Demut und im Gewahrsein der Gegenwart. Schutzbotschaft. Bist du vielleicht ein Tagträumer und Fantast? Träumst du von Ruhm und Reichtum, an der zündenden Idee, einer genialen Erfindung oder davon das große Losziehen? Wenn du diese Karte umgekehrt ziehst, ist dies ein Hinweis darauf, dass du möglicherweise zu viel Zeit auf das Träumen verwendest und darauf über deine Träume zu sprechen. Wenn etwas in deinem Sinne geschehen soll, musst du aus deiner Passivität herauskommen und wirklich etwas dafür tun. Beginne mit kleinen Aufgaben. Bedenke, dass ein jeder große Traum nur in kleinen Schritten zu verwirklichen ist. Der Mythenforscher Joseph Campbell sagte einmal, geh einen Schritt auf die Götter zu und sie werden dir zehn Schritte entgegenkommen. Das steht jetzt nicht im Gegensatz dazu zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe vorhin gesagt, du kannst dich auch aufs Sofa setzen, sinnbildlich, und machst deine Innenarbeit und dann kann es wirklich gut sein, dass auch einfach ein Anruf kommt. Ich habe es erlebt, ihr Lieben. Und dass dann plötzlich etwas richtig Großes losgeht. Also es geht tatsächlich um die Impulse. Wahllos irgendetwas zu tun, macht keinen Sinn. Dann lieber abwaschen, mit dem Hund gehen bügeln, Fenster putzen, was auch immer. Die ganz normalen Dinge des Alltags verrichten. Dabei bist du völlig entstresst und entschleunigt und hast wirklich die Möglichkeit, dass auch wichtige Erkenntnisse zu dir kommen können oder durch dich durchkommen können, dass sie durchbrechen können und du dann wieder genau weißt, was jetzt der nächste Schritt ist, der zu tun ist. Und darum geht es. Stell dir vor, du sitzt im Auto. Stell dir vor, du fährst im Dunkeln und du siehst gar nichts. Du siehst nur den Lichtkegel deines Scheinwerfers und du fährst. Du siehst nur die nächsten zehn Meter, aber du fährst. Und dann siehst du die nächsten zehn Meter und du fährst. Du musst nicht das Ganze sehen. Du musst dein Ziel sehen. Du musst wissen, wo du hin willst. Aber den Weg dahin, der wird sich dir im Gehen auftun. Und manchmal ist es wichtig, einfach zurück, sich zurückzuziehen, aus diesem ganzen Tun wollen, machen wollen. Wenn du wirklich ein richtiger, wenn du, was weiß ich, möglicherweise Löwe mit Ascendent Widder bist oder umgekehrt, dann hast du einen unglaublichen Drang zum Tun im Außen. Es ist aber manchmal einfach wichtiger oder es wird immer wichtiger tatsächlich, aus diesem Außen, egal für wen jetzt, für welches Sternzeichen, spielt keine Rolle für uns alle, diese Aufmerksamkeit von dem Außen abzuziehen und nach innen zu gehen, diesen inneren Weg zu gehen. Denn wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Das ist eine wirklich wahre Weisheit. Jetzt kommt ganz zum Schluss nochmal eine Heilsteinkarte. Und da bin ich nochmal gespannt für die Löwen. Vielleicht ist das ja was für dich. Heilsteine. Eine Energie der Heilsteine für die Löwen für den Monat September, bitte. Löwe, Sonne, Mond, Ascendent Venus. Löwe, Sonne, Mond, Ascendent. Upsala. Ach, guck mal, da kommst du doch in der Mitte raus geflutscht. Da haben wir den... Ach, wie schön wieder. Ich liebe das, wenn das so passt. Aber ich staune immer mehr. Ja, also Aventurin-Meditation, Innenschau. Unruhe trübt den Blick für deine Möglichkeiten. Aventurin schenkt innere und äußere Ruhe. Der Stein zeigt dir den richtigen Zeitpunkt zum Handeln. Also, liebe Leute, mehr geht nicht. Genau das, was ich eben gesagt habe. Es ist nochmal kurz zusammengefasst, meine drei Millionen Worte zusammengefasst in diese zwei Sätze hier. Großartig. Also, kauf den Aventurin oder nimm einen, falls du schon einen hast und passt. So, Punkt. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Genau. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ihr Lieben, ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken, wenn du magst und auch natürlich Kanal abonnieren. Ich wünsche uns allen einen traumhaften September. Ich bin jetzt durch mit den Sternzeichenlegungen. und, ja, und wollte ich sonst noch was sagen? Nö, haben wir erledigt alles, ne? Irgendwas war eben noch. Hm, egal. Okay. Ist halt, wenn aus, dann aus. Alles klar. Also, ihr Lieben, dann alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Video hoffentlich. Und dann Namaste, sage ich bis dahin. Bis zum nächsten Video hoffentlich.